Tesla stellt neuen Verkaufsrekord auf. Tesla holt die Absatzzahlen von VW ein. Tesla wird zum Marktführer für Elektroautos in Deutschland. Das Interesse an Fahrzeugen mit Elektromotoren hat sich innerhalb des Fahrzeugmarktes auch in Deutschland gesteigert. Für lange Zeit waren die Fahrzeuge von VW die gefragtesten Modelle auf dem Markt. Der Marktführer musste sich im letzten Quartal erstmals einem anderen Anbieter geschlagen geben. Der neue Marktführer für Elektroautos in Deutschland hört auf den Namen Tesla. Der Konzern, der von Elon Musk gegründet wurde und erst vor kurzem ein eigenes Werk in Brandenburg bei Berlin eröffnet hat, konnte sich mit seinen Produkten im dritten Quartal des Jahres an die Spitze befördern. Die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Quartalsberichte und die darin festgehaltenen Verkaufszahlen zeigen den deutlichen Abstand, mit dem Tesla den Konkurrenten VW überholt hat. Zur Überraschung aller. Dessen Verkaufszahlen lagen in der Gesamtheit der ersten drei Quartale des Jahres bei knapp über 32.000 Fahrzeugen. Der Absatz an Fahrzeugen betrug bei Tesla hingegen knapp über 38.000 Fahrzeugen. Zu verdanken ist dieser Sprung unter anderem dem Image, welches zwischenzeitlich mit der Marke Tesla in Verbindung gebracht wird. Diese Fahrzeuge strahlen ein gewisses Prestige aus. Exakt dieses Image scheint auch die Fans von Elektroautos in immer stärkerem Maße anzusprechen. Die Energiekrise könnte dem Markt aber einen Dämpfer verpassen. Eine Gefahr für diesen Aufwärtstrend könnte die wachsende Angst vor einem Blackout darstellen. In dieser Notsituation nicht nur auf Strom, sondern auch auf das eigene Fahrzeug verzichten zu müssen, könnte Autokäufer davon abhalten, sich generell für Fahrzeuge mit reiner Nutzung von Strom zu entscheiden. Tritt diese Entwicklung ein, könnten die Käufer Hybridfahrzeuge wieder stärker in Betracht sehen. Die angedeutete Gefahr von Blackouts durch den Verkauf hunderttausender zusätzlicher Heizlüfter hat auch Fragen zur Umsetzbarkeit von unzähligen neuen Elektroautos gestellt. Wird in diesem Winter die Angst vor dem Blackout zur Wirklichkeit, könnten in diesem Bereich des Automarkts die Karten schnell wieder neu verteilt werden. Wir bleiben am Ball für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, einen Kommentar unterhalb des Videos und ein Abonnement, das ist total kostenlos hier bei YouTube. Würden wir uns sehr freuen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal und Dankeschön.